Ich stehe hier vor einem Skatsch & Soda in Zürich und heute ist nicht nur irgendein Abend, sondern das 6-jährige Jubiläum. Und da schaue ich jetzt gleich mal rein. Lederjacke, definitiv. Warum? Ja, ich finde, ich kann es besser kombinieren als eine Jeansjacke. Was für mich? Online-Shopping, ich bin Zalando-Süchtig. Ja, ich gebe es zu. Wenn, dann schon mit Freunden. Also ich brauche den Rotschlag von meinen Ängsten. Sie müssen sagen, das ist super oder oh Gott, zieht das wieder raus. Bunt, definitiv. Bunt ist meine Lieblingsfarbe. Ausser heute. Ausser heute, stimmt. Ja. Classy, schon eher. Gefällt mir irgendwie mehr, passt mehr zu irgendeinem anderen Anlass. Definitiv wie, und zwar Chardonnay. So da. Yeah. Stelios, du bist jetzt 6-jährige Jubiläum. Jawohl. Was ist das Highlight, was du in den letzten 6 Jahren zurückkriegst? Immer ein Kampf. Aber immer glückliche Leute. Sehr viele gute, liebe Gäste, die uns unter unseren Laden drehen haben. Jeden Tag wahrscheinlich ein schöner Tag. Auch mal ein schlechter Tag. Und was ist so dein absolute Must-Have-Tipp für diesen Sommer? Der Must-Have-Tipp ist, ich äh... Irgendein Accessoire? Nein. Ich würde Peugeot Hosen. Helle Farbe, Farbe. So wie du auch zum Beispiel anzeigen willst. Finde ich toll. Bei Frauen wie auch Männer? Unbedingt. Unbedingt. Ja, nicht in die Drissessia-Kähe. Dunkel und dunkelblau und schwarz und so. Unbedingt. Und was wirst du sonst sagen, was hält Scotch & Soda von anderen Marken ab? Wir sind... Schau, all die Brands, die braucht es alles. Aber wir sind ein Nischenprodukt. Wenn du etwas Spezielles willst, oder? Ein kleines, wo es etwas anders ist. Dann bist du bei Scotch richtig. Weil sie überraschen dich immer wieder an die Kollektionen. Jedes Teil, das du anschaut, ist so... Es ist anders. Es ist speziell. Auch wenn du in einen Monostore gehst, von einem anderen Label. Und dann kommst du hier rein. Und du findest eine Freshness. Du findest... Du schaffst ein paar Smiles raus. Ich finde das toll. Man weiss gar, wo man ist eigentlich. Ja, genau. Weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals und euch auch einen schönen Abend. Ladejagd. Shopping to a Definitive. Single. Bunt. Definitive Sporty. Bier. Beide zusammen. Sharpevasse. Bone. Hurtadsbundum. Den Dunham. Red Bulls. Hurtadsbundum. Ja, das sind aus Reise. уд Untertitelung des ZDF, 2020